Bei NTN-SNR steht der Kunde im freien Ersatzteilmarkt im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir bieten unseren Vertriebspartnern dabei die Möglichkeit, das Radlager an ihre eigene Marke anzupassen. Um mehr darüber zu erfahren, sprechen wir heute mit Amelie Pavier, Marketingmanagerin im Automotive Aftermarket bei NTN-SNR. Hallo Amelie. Hallo Morgan. Kannst du uns erzählen, wie es zu diesem Projekt kam? Im B2C sowie im B2B-Bereich sind Eigenmarken ein großer Erfolg. Viele unserer Kunden wollen ihre Produkte unter ihrem eigenen Markennamen mit ihrem angepassten Qualitäts- und Preisverhältnis vermarkten. Um das umzusetzen, haben sie sich an NTN-SNR gewandt. Mit unserem gesamten technischen Know-how entwickeln wir spezifische Produktprogramme, um die Erwartungen an Qualität und Kosten zu erfüllen. Es gibt mittlerweile 140 Radlagersätze, die auf die Marke des Kunden zugeschnitten werden können. Und wie funktioniert das konkret? Sobald der Kunde seinen Bedarf äußert, wird das Projekt gestartet und eine entsprechende Studie in die Wege geleitet. Vier Monate später liefern wir dann an den Kunden. Er erhält einen Radlagersatz mit einem Lager, in das seine Referenz und seine Marke eingraviert sind. Alles in einer personalisierten Verpackung. Das ist wirklich maßgeschneidert. Fragen Sie uns jederzeit gerne nach Ihren personalisierbaren Produkten. Vielen Dank, Amelie. Bis bald mit mehr Informationen. Vielen Dank, Amelie. Vielen Dank.